Punkt 10 Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern Schöne Worte, doch sie führen in totale Kontrolle und Anordnung von außen, denn Ziel ist die Zersetzung jeder wirtschaftlichen und finanziellen Unabhängigkeit durch die Zerstörung von CO2-intensiven Wirtschaftszweigen, der Abschaffung des Bargeldes und der Beseitigung aller Strukturen, die nicht der Agenda des World Economic Forum und der UN entsprechen. Ein individuelles Grundeinkommen mit entsprechenden Steuerungsinstanzen über CO2-Konten und digitale Währungen wird den Konsum direkt beeinflussen oder unterbinden können. Ethnien werden vermischt, um jede kulturelle und religiöse Individualität zu eliminieren. Dazu werden multikulturelle Partnerschaften gefördert. Das Forcieren von kultur- und religionsbedingten Konflikten führt zu Extremsituationen, die die Grundlage dafür schaffen, dass weitere Freiheiten seitens der Regierungsebene eingeschränkt werden. Das Bildungs-, Finanz- und Gesundheitssystem wird zentralisiert und gleichgeschaltet. Auch wird unter dem Deckmantel der Friedens- und Völkerverständigung eine Weltreligion und eine Weltkultur eingeführt. Um das Niveau anzugleichen, wird wirtschaftlicher Wettbewerb kriminalisiert und Privateigentum verstaatlicht. Die Berechtigungen auf Ressourcen werden nach Vorgaben der neuen Weltregierung verteilt. Der Plan der Eliten ist durchschaut. Es ist an uns, als gesamte Menschheit, dieser Agenda etwas entgegenzusetzen. Und zwar, bevor es zu spät ist. Die Berechtigungen auf Ressourcen werden nach Vorgaben der Welt.